Wesernstraße präsentiert Ernie und Bernd Uuuuund Tim Benzko Ups, jetzt hab ich mir in den Finger geschnitten Oh mein Bernd, was hast du getan? In den Finger geschnitten Oh Mann, wo bist du denn gewesen? Müssen wir ganz schnell was tun Lass uns später weiterreden Ach, das ist nicht so schlimm Ich glaub, dein Finger braucht uns jetzt Sowas wird ganz schnell unterschätzt Und vielleicht hängt dein Leben davon ab Meinst du? Oh, oh, ich glaube, das ist ernst Ja, klar kann ich dich hören Nur keine Angst, Bernd, die Medizin ist unterwegs Aber wieso denn überhaupt Medizin? Wir müssen ganz schnell Bernd retten Äh, aber... Die Krankenliege ist gleich hier Krankenliege? Lässt sich der Finger dennoch ausstrecken Ja, klar, guck Ach, wer weiß, was noch alles passiert Denn es passiert so viel Wir müssen ganz schnell Bernd retten Oh ja Aber... Das Sauerstoffgerät ist auch schon hier Sauerstoffgerät? Aber warum denn... Vielleicht sind wir zu spät Oh nein Versuch mal aufzustehen und dann Halt den Finger bitte still Ich will kein Sauerstoffgerät Bleib nur ganz ruhig, keine Gefahr Der Schmerz vergeht in einem Jahr In einem Jahr? Wir wissen ganz genau, was wir hier tun Ja, wir müssen wohl operieren Operieren? Hm... Warum? Lass uns dich mit Details verschoben Genug gesagt, genug Information Ähm, aber... Ernie, lass uns Bernd retten Die Krankenliege ist schon hier Warum der Krankenliege? Der Finger lässt sich nicht mehr ausstrecken Doch, doch, das ist der, guck Wer weiß, was noch alles passiert Denn es passiert so viel Aber was soll der noch... Lass uns Bernd retten, bitte Das Sauerstoffgerät ist auch schon hier Ich brauch kein Sauerstoffgerät Die Zeit, was uns davon zu warten Wäre sehr gefährlich Wer weiß, wie Bernd das übersteht Mit meinem Finger ist gar nichts, ehrlich Was hat Bernd gesagt? Guck Ich weiß nicht Er spricht wahrscheinlich vor Schmerzen Nur einfach so vor sich hin Hä? Oh, Bernd Guck Oh, bitte, lass uns Bernd rennen Och, jetzt ist aber Schluss Was soll das alles? Es geht mir gut, ehrlich Oh, Bernd scheint es tatsächlich wieder besser zu gehen Ach, mir ging's noch nie schlecht Ja, das mit dem Sauerstoffgerät War wirklich klasse Irre Idee, irre Irre Eil, Glück, dass wir da waren Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh.